Komm schon! Komm schon! Ich kann nicht! Ich hasse Lernen! Also, heute schreiben wir einen Test! Lexi, hier! Martin, das ist deiner! Das ist ekelhaft! Entschuldigung, ich hab ne Frage! Ich versteh das nicht! Wie immer! Was ist das für ein Geruch? Aha! Scott hat wieder sein Stinke-Essen dabei! Ich werde dir eine Lektion erteilen! Oh! Ah! Lexi! Gib mir mal nen Stift! Hm! Okay! Danke! Hast du auch ein Blatt Papier für mich? Klar. Danke. Lehrerin! Alles ist klar. Martin, lass mich mit Papier ab. Was ist los hier? Was ist denn? Nachsitzen! Hey du, IT-Spezialist, hilf mir mal! Okay. Los geht's. Ich werde das schaffen. Ich weiß, was ich tun muss. Tja, das war einfach. Die Testantworten. Antworten sind für alle da. Senden an alle. Oh nein! Nächstes Mal bekommt er einen besonderen Test. Oh, ich hab nur minus drei Punkte. Ich helfe dir bei den Wahlen, wenn du mir aber meine Noten hilfst. Okay. Gehen wir's an! Liebling, spül jetzt bitte ab! Genau! Ich spiel wohl zu viel. Aber Mama, das Spiel hat gerade erst angefangen. Ich sagte jetzt! Mama ist wieder im Spiel, Jungs! Jungs! Nur noch zwei Tage! Ich rufe die Streberin an! Universum, ich brauche ein Zeichen, dass ich Schulsprecherin werde! Hey! Oh, du bist es! Kannst du mir helfen? Wie abgemacht? Ja, sicher! Okay. Hey! Hi! Was ist das? Na, mein Essen! Willst du mir überhaupt helfen? Lass mich mal sehen! Na klar! Fangen wir mit deinem Outfit an! Nein, 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 nein! Was ist passiert? Viren? Wow, das steht mir. Wow, du siehst echt cool aus. Ich zeig dir mal was. Probier's mal. Du musst die ganzen Trends kennen, um die Wahl zu gewinnen. Wow, so cool. Was? Ist noch nicht mal angeschlossen. Wow. Was machst du da? Genug gespielt für heute. Warte, lernen wir. Das sind alle Bücher, die du lesen musst. Hörst du mir zu? Ja. Hier, nimm die. Was ist das? Ah, ich weiß, was ich damit mache. Das sind die letzten. Tja, eins, zwei, drei, vier. Wir müssen lernen. Ja, gut gemacht. Richtig. hm, Alexi, hilf mir mit den Früchten. young girl可以 Oh, Alexi, hilf mir mit meinen Früchten. Sowas gibt es nicht gar nicht. Oh Pirate, man sagt nicht. out. Mah solid. Ah, lapsier, hilf mir mit den Früchten. Oh, ich sollte es ausprobieren. Mama, ich hab verschlafen. Wow, sie ist flink, wie ein normales Kind. Tut mir leid, ich bin zu spät. Wie auch immer, wir schreiben heute einen Test. Danke, der sieht so schwer aus. Marsi, du schaffst das. Danke. Das hier? Hier, bitte sehr. Alles richtig. Und noch ein Test geschafft. Und ich präsentiere euch die neue Schulsprecherin. Schauts, ja, schau. Oh, nein, meine Batterie. Nein, 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 nicht jetzt. Hört mir. Stopp. Da ist noch eine Steckdose. Was ist denn los? Hey. Hey, wie geht's dir? Kommst du zur Party heute Abend? Komm bald hin. Wow. In dem Kleid werde ich die hübscheste auf der Party. Dann nur noch die richtigen Schuhe finden. Was machst du denn da? Oh, nein, mein Lieblingskleid. Guck mal, was du getan hast. Ich weiß. Das wird dir eine Lehre sein. Äh, nein. Äh, nein. Äh, hä? Oh, Kinder! Äh, nee. Hä? Warte nur! Game over? Was stimmt mit dir nicht? Was? Das reicht. Hausarrest für drei Tage. Lernt euch zu vertragen. Aber Mom, ich hab ne Party heute. Wie auch immer. Macht was zusammen. Mom wird nichts mitbekommen. Ich schleich mich einfach leise raus. Was? Sesam, öffne dich. Hab's doch gesagt. Ich geh trotzdem. Es muss doch einen Weg geben. Genau, was ich brauche. Mom! Hör auf. Ich geb dir 50 Meister. Genauso viel Geld brauch ich für die Switch. Danke, Schwesterherz. Hab dich lieb. Jetzt bist du frei. Bye. Was brauchst du da? Ja! Hab ich dich. Was soll's. Mom hat gesagt, wir sollen zusammenspielen. Also gib das her. Hey, hey. Ich will auch spielen. Der gehört mir. Nimm den hier. Oh, ein goldener. Also, wie spielt man das? Drück einfach die Knöpfe. Ja. Hä? 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 Bäm, 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 bäm. Hä? Nimm das! Warum bewegt die sich denn nicht? Ich gewinne wohl. Hä? Hä? Ja! Flawless Victory! Zack! Sorry. Jetzt bist du dran. Versuch's doch. Ach, Kinder, ihr müsst teilen. Ach, ja, Mama. Auf euer Zimmer. Ich muss los. Jetzt tanzt er auf der Party ohne mich. Ich hab ne Idee. Was machst du da? Zeit zu schleichen. Hm. Oh, nein. Sie erwischt mich. Hm. Hm. Was? Diese Kinder machen mich noch verrückt. Hier ist es. Hm. Oh. Hm. Hm. Nein. Nein. Oh. Oh, nein. Hm. 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 Los, 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 los. Bye. Oh. Lauf, Luna, lauf. Hm. Das oder das? Simpsons. Und los geht's. Zeit zum Spielen Hier kommt Luna Ja, jetzt suchen wir Leo Oh, Leo, hi Mit wem redet der? Das ist aber nicht so gut, wir müssen was dagegen tun Ja, wir gehen und gehen und... Überraschung! Du grinst noch, wie kannst du es wagen? Ja, lauf lieber weg, Missy Hey, Baby Hey, Leo Komm her, ich muss etwas mit dir besprechen Keine Angst, komm her Ja, 3, 2, 1, BAM Ja, verarsch, nie wieder meine Schwester Oh, meine Kinder So süß, so süß Puh Oh Hm Ah, gute Nacht, Luna Gute Nacht, Mom Hm Hausarrest für einen Monat